Was haben Stars wie Sarah Connor, Helene Fischer, Campino von den Toten Hosen, Rammstein, die Kelly Family etc. gemeinsam? Augenscheinlich erst mal nichts. Ganz unterschiedliche Musikstile. Aber wenn es ums Geld geht, dann haben sie etwas gemeinsam. Die Manager der genannten Stars tun sich zusammen für ein größeres Ziel. Wie du diese Promis als Knallereffekt, als Einstieg für deine Präsentation, für dein Thema nutzen kannst. Darum geht es jetzt in diesem YouTube-Video und auch im Erfolgreich reden Podcast, falls du dieses Video als Podcast hörst. Freue mich, dass du mit dabei bist. Gerne immer Fragen zum Thema Präsentation, Rhetorik, wie du auffallen kannst, wie du faszinieren kannst, anstatt nur zu präsentieren, in den Kommentaren oder direkt per Mail, wie du mich erreichst. Auch das unter diesem Video und in der Podcast-Beschreibung. Ja, es geht darum, dass du die berühmte, wir haben oft drüber gesprochen, Beziehungsebene zwischen dir und dem Publikum herstellst. Und du kannst diese Stars nutzen. Ich mache dir gleich ein Beispiel und dann reden wir mal über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Wenn du, Beispiel 1, als Angestellter in der Firma arbeitest und musst verschiedene Abteilungen, die augenscheinlich eher gegeneinander arbeiten oder eher an sich denken, weil jeder seine eigene Zielvorgaben hat. Du musst diese Abteilungen zusammenbringen. Dann stellst du dich vor dein Publikum, vielleicht vor die Kollegen, vor den Chef, in den Konferenzraum. Hast, wenn du dir die Mühe machst, 30 Sekunden der genannten Stars zusammengeschnitten von deren Refrains. Stellst du dich also hin und sagst Guten Morgen! Drückst im Computer in der Präsentation das MP3 und auf einmal kommt aus den Lautsprechern. Atemlos durch die Nacht. Sometimes wish I were an angel. Über sieben Bonnocken musst du gehen. Natürlich in schönen, weil du nimmst die echten Songs. Dann machst du Stopp. Dann lässt du es wirken. Dann schaust du in die Augen der Kollegen, vom Chef, vom Vorstand und du siehst in diesen Augen. Hä? What? Was will er denn? Dann stellst du die Frage, liebe Kollegen, was haben diese Stars gemeinsam? Machst du wieder eine Pause? Gibst die Antwort selbst, weil das weiß natürlich keiner. Ja, das sind Stars, die an sich nichts gemeinsam haben, deren Musik, deren Ausrichtung, deren Stile unterschiedlicher nicht sein könnte. Aber sie haben ein größeres Ziel. Sie wollen mehr Geld im Wandel der Musikindustrie. Deren Manager, die sonst nichts gemeinsam haben, haben sich zusammengetan und einen Brief an die großen Plattenbosse geschrieben. So nach dem Motto, hey, wir müssen mal ganz neu über das Vergütungssystem nachdenken, denn in Sachen Streaming hat sich so viel getan, wir wollen mehr Kohle rausholen für unsere Künstler. Das kurz zusammengefasst, was dahinter steckt, hinter diesem Aufstand der Stars. Ja, und dann machst du weiter. Weil sich jeder immer noch fragt im Moment, ja, und was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun? Dann sagst du, genauso wie sich diese Stars zusammengetan haben, die nicht viel miteinander zu tun haben, möchte ich heute zwei oder mehrere Abteilungen zusammenbringen. Wir müssen gucken, dass die Fachabteilung, die kreativ ist, die verschiedene Ideen hat und der Einkauf, der ja das beste Angebot rausholen soll, aber oftmals gegen die andere Abteilung arbeitet vielleicht, weil er eigene Ziele hat. Wir müssen unsere Abteilungen besser zusammenbringen, besser verzahnen, damit wir auch das gemeinsame Ziel am gemeinsamen Strang ziehen können. Genauso wie es Sarah Connor, Rammstein, Peter Maffay etc. auch machen. Und dann fängst du an mit deinem eigentlichen Thema. Was meinst du, was das für einen Unterschied macht? Gerade wenn es vielleicht morgens um 9 ist und du der Erste bist, der an diesem Tag was präsentieren muss. Das ist die Idee, die ich dir heute mitgeben will. Kannst du genauso auch als Selbstständiger, der eine Dienstleistung seinem Kunden vielleicht präsentieren muss, benutzen. Den gleichen Einstieg, die gleichen Songs. Wenn du etwas hast in deiner Dienstleistung, was erklärungsbedürftig ist, vielleicht zwei verschiedene Komponenten, die nicht so viel miteinander zu tun haben. Und du willst dem Kunden erklären, warum das wichtig ist für das große Ziel, dass er mehr Umsatz macht oder ein leichteres Arbeitsleben hat, wenn du zum Beispiel eine Software verkaufst. Das kannst du aber auch als Schüler nutzen, wenn du in Biologie ein Referat halten musst und sagst, genauso wie hier, die gerade die Musiker nichts miteinander zu tun haben, so hat auf den ersten Blick Tier 1 mit 3,90 Meter und Tier 2 mit 5 Zentimeter oder 5 Millimeter Durchmesser ein Insekt nichts gemeinsam. Aber die Art, wie sie, keine Ahnung, brüten, sich vermehren, sonst was, die verbindet diese Tiere. Also finde eine Überleitung, wenn du so einen Artikel wahrnimmst oder in deiner Timeline, das dir auffällt, du denkst, okay, was steckt dahinter? Aufstand, der Star, Sarah Connor, Rammstein. Ah, die tun sich zusammen für ein größeres Ziel. Okay, eine Gemeinsamkeit, wo keiner ist. Das hat bei mir gereicht, um mir diesen Zeitungsartikel, dieses Thema auf Halde zu legen und es dann einfach mal rauszuholen, wenn ich es brauchen kann. Das ist mein Impuls für dich. Nutze den Überraschungseffekt am Anfang oder auch mal in der Mitte, aber der Anfang ist eben super, gerade wenn du weißt, es hat vielleicht im Moment keiner Bock, dir zuzuhören, wenn du dir nicht die Mühe machen möchtest, die Musik zusammenzuschneiden. Nimm so einen Artikel, druck ihn dir aus, halt ihn hoch. Kollegen, ihr seht, diese vier, fünf Künstler, die machen Musik, die kann unterschiedlicher nicht sein, aber die haben was gemeinsam. Dann erzählst du auch kurz die Geschichte und kommst dann zum Thema, dass du auch jetzt über Gemeinsamkeiten von verschiedenen Fachabteilungen sprechen möchtest. Also, Möglichkeiten gibt es genug. Mir macht es immer richtig Spaß zu überlegen, was kann ich wofür benutzen? Und dann sehe ich in die Augen, wenn ich einen Vortrag halte, wenn die Augen braun hochgehen, wenn du erklärst, was die da gemeinsam haben, dann kommt dir das, ah, da will er hin, da will sie hin. Und das ist eine Anerkennung an dich. Du hast dir was Kreatives überlegt, du hast dein Publikum gefordert und das findet dich dadurch auch richtig, richtig gut. Und der Gag ist, selbst wenn dann 30 Minuten was Langweiligeres, was Trockeneres kommt, worüber du sprechen musst, du hast die ganz anders geöffnet. Die werden viel mehr dir zuhören und viel weniger auf ihre Smartphones gucken, weil du sie super abgeholt hast. Das ist mein Impuls. Also, überlege, wie kannst du ein Thema, was vermeintlich nichts mit deinem eigentlichen Vortragsthema zu tun hat, benutzen? Wenn du Name-Dropping hast, also berühmte Stars, wo klar ist, jeder im Publikum hat eine Verbindung zu denen, dann nutze das, breche einen Überleitungssatz runter und mach dann mit deinem Thema weiter. Je mehr du an, ich sag mal, Ausgängen links und rechts hast, an kreativen Ideen, die mit deinem trockenen Thema nichts zu tun haben, desto höher die Anerkennung und auch desto höher dein sozialer Status vor deinem Publikum, vor Kollegen, dem potenziellen Kunden, vor dem Lehrer, der dir eine Note aufs Referat gibt. Das ist mein Impuls. Ich freue mich, wenn du auch diese Idee benutzen kannst. Einfach klauen, eins zu eins, übernehmen und mir für dieses Video einen Daumen hoch gibst und idealerweise auch diesen Kanal abonnierst. Übrigens, wenn du Hilfe brauchst bei der Vortragsvorbereitung, es gibt ein kostenloses E-Book für dich, heißt Angstfrei Reden. Richtet sich auch an alle, die jetzt keine Redeangst haben, die aber merken, ich brauche, so wie ich gerade gemacht habe, ein paar andere Ideen und Zugänge, wie du deine Vorbereitung clever strukturierst und auch noch praktisch üben kannst, ohne dass du den Spiegel dazu brauchst und dich dann sozusagen zu Hause selbst verbessern kannst, ohne Geld für einen Rhetorik-Coach auszugeben. All das ist in meinem kostenfreien und intensiven E-Book Angstfrei Reden, was ich dir unter diesem Video verlinke oder auch was du in der Podcast-Beschreibung findest. Okay? Arbeit es durch, trag dich gerne ein und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Video oder hören uns wieder beim nächsten Podcast. Bis dann!